Little Bohemia Creek. Auf den ersten Blick ein Bauernhof wie viele andere. Aber die Farm im US-Bundesstaat Maryland setzt ganz auf Hightech. An dieser Feldspritze etwa kontrollieren Sensoren die Gesundheit jeder einzelnen Pflanze, damit genau die richtige Menge Dünger eingesetzt wird. Der Stickstoffbedarf auf diesem Feld schwankt enorm. Wo wir stehen, kann man 75 cm hohen Mais sehen, aber es gibt auch 30 cm hohen. Die Tests laufen noch, aber geschätzt könnte so etwa ein Zehntel Dünger eingespart werden. Das bedeutet weniger Ausgaben für die Landwirte. Nebenbei bleibt der nahegelegenen Chesapeake Bay ein vermehrtes Algenwachstum erspart. Präzision ist auch bei diesen Erntemaschinen gefragt. Sie schaffen bis zu 50 Tonnen Weizen pro Stunde. Dank Navi fahren sie genauer als Menschen. Es gibt weniger Überschneidungen zwischen den Reihen. Das spart Zeit. Und mit den Körnern werden jede Menge Daten geerntet. Hier sehen wir, wie viele Hektar pro Stunde wir durchschnittlich geerntet haben, wie viel Kilo von diesem Feld kommen, der Ertrag pro Hektar wird aufgezeichnet. Fast bis auf den Quadratmeter genau kann der Bauer sehen, wie produktiv seine Anbauflächen sind. Noch genauer geht es mit Drohnen. Durch Multispektralkameras und Infrarotaufnahmen können wir Gebiete finden, in denen die Pflanzenbelastungen ausgesetzt sind. Mit bloßem Auge kann man das nicht sehen. Den Bauern auf dem Feld werden die Drohnen nicht ersetzen. Aber dank Hightech kann er ein viel größeres Gebiet beackern. Und das zumindest etwas umweltschonender.